Antonov AN-225 Miria Dieses Flugzeug hat nichts mit winzigen, funkferngesteuerten Spielzeugen gemeinsam an, die wir gewohnt sind. Das Modell ist ein 16-mal kleinerer Nachbau des Transportflugzeuges AN-225 und wiegt etwa 70 kg. Es wurde von einer Gruppe begeisterter deutscher Handwerker gebaut. Um den Koloss in Bewegung zu setzen, brauchte man zwei BHTEC JB180 Motoren. Gemeinsam sorgten sie für den Betrieb von 94 mm großen Elektrokanallüftern. Man begann mit der Entwicklung im Jahr 2018, der Erstflug fand ein Jahr später statt. Trotz seiner Größe hat das Modell viele aufwändige Details, wie zum Beispiel das hydraulische Einziehfahrwerk. R.C. Mammoth Riveron Dieses Flugzeug wirkt wie ein Spielzeug, aber nur, wenn man seine Abmessungen nicht kennt. Der Mammoth Riveron ist ein um dreimal kleinerer Nachbau des Originalautos. Auch seine technischen Eigenschaften ähneln keineswegs denen eines Spielzeugs. Der Benziner erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 70 km pro Stunde. Das Modell ist 90 cm groß und 185 cm lang. Es wiegt etwa 80 kg. Der Entwickler ist Mammoth Works, der das Modell in drei verschiedenen Versionen anbietet, die sich je nach Motorleistung unterscheiden. Der Preis variiert etwa zwischen 5.500 und 15.000 US-Dollar. R.C. SLJ 932 Maschinen, die Brücken bauen, sind riesig und komplex. Dennoch gelang es einem unbekannten Handwerker, das Modell mit äußerster Genauigkeit nachzubauen. Das Video einer 40-fach kleineren Version des 580 Tonnen schweren chinesischen Brückenlegers erschien im Jahr 2016 online. Das R.C. Modell ist etwa 228 cm lang und 18 cm breit. Der Entwickler behauptet, dass das Spielzeug genau wie das Original Brücken bauen kann, allerdings Spielzeugbrücken. Es verlegt die vorgefertigten Brückensegmente völlig selbstständig, ohne Beteiligung von Kränen oder anderen Hilfsgeräten. RC Liebherr LR 1750 Der Nachbau eines Raupenkrans mit einer Hubhöhe von 191 Metern sollte ziemlich groß aussehen. Das dachten sich wohl die Entwickler dieses funkferngestörten Spielzeugs. Es wiegt 600 Kilogramm und ist 8,5 Meter hoch. Dieses Video wurde im Jahr 2015 in Dortmund auf der Inter-Modellbau, der weltweit größten Messe für ferngestörte Modelle, gedreht. Wie ihr sehen könnt, bewegte der Raupenkran ohne große Schwierigkeiten 38 Kilogramm schwere Lasten. Bundeswehr EC 135 Dies ist ein ferngestörtes Modell, das ein Nachbau des leichten Mehrzweckhubschraubers EC 135 der deutsch-französischen Firma Airbus Helikopters ist. Das Flugzeug ist im Vergleich zum Original 6x kleiner. Es hat einen Jetcat PH-T3-Motor, der die Leistung von einem Turbinenmotor bezieht. Der Heckrotor kommt von Cinescale Fenestron, der Rumpf und die Schaufeln sind von OF Heli-Technik. Die Fernsteuerungsausrüstung samt Empfänger wurde von Futaba fast genommen. Es erhebt sich nicht nur in die Luft, sondern hat auch eine anständige Manövrierfähigkeit. Earth Digger 4200 XL Das folgende ferngestörte Modell wurde um das Zwölffache verkleinert. Dies ist ein hochdetaillierter Hydraulik-Bagger. Das im Kit enthaltene Bedienpult setzt nicht nur die Raupenbühnen, sondern auch das Arbeitsgerät, den Ausleger mit Schaufel, in Bewegung. Der 4200 XL ist aus gefrästem Aluminium gefertigt. Es verfügt auch über Arbeitsscheinwerfer und einen gut gestalteten Innenraum mit speziellem Platz für einen Spielzeugbediener. Das Spielzeug ist 84 cm hoch und 25 cm breit. Die Grabtiefe beträgt 50 cm. Der Preis beträgt etwa 1.500 US-Dollar. RC Stuk 3 Dieses Modell wird seit einigen Jahren von der britischen Firma Armotec produziert, überrascht aber immer noch in Größe und Eigenschaften. Das Spielzeug ist eine sechsmal kleinere Nachbildung der deutschen selbstfahrenden Artillerieeinheit Stuk 3. Es ist 111 cm lang, 49 cm breit und wiegt inklusive Elektronik und Akku knapp über 45 kg. Dieses Modell unterscheidet sich von allen anderen durch vom Hersteller bereitgestellte Zusatzpakete. Das Spielzeug kann realistische Geräusche machen, zeigt beim Schießen einen Rückstoß und bläst sogar Rauch. Der Preis beträgt etwa 5.000 US-Dollar. Kat 797 Der Original Muldenkipper von Caterpillar ist eines der leistungsfähigsten und schwersten Geräte der Welt. Kein Wunder, dass der Nachbau des Kat 797 obwohl im Maßstab 1 zu 14 bis zu 15 kg Fracht befördern kann. Das Spielzeug ist 58 cm lang, 30 cm breit und 27 cm hoch. 12 LED-Arbeitsscheinwerfer und 14 große Reifen ergänzen die beeindruckende Optik. Der Preis beträgt etwa 4.000 US-Dollar. RC Hot Air Balloon Etwas völlig Ungewöhnliches wurde im August 2019 beim Ballonfest im Deutschen Warnsdorf gedreht. Während echte Flugzeuge durch die Luft flogen, zeigten Handwerker von Aerial Images eine Minikopie, deren Brenner per Fernbedienung aktiviert wird. Die Spezialisten fertigen diese Modelle mit einem Ballvolumen von 42 bis 99 Kubikmetern auf Bestellung an. Der Preis variiert von 400 bis 1.200 US-Dollar. Konfair YF2Y1 SeaDart Dieser Nachbau ist eine Neuheit, deren erster Test auf dem Wasser Anfang des Jahres stattfand. Den Spezialisten von The Little Jet Company ist es gelungen, eine viermal kleinere Version des experimentellen Wasserflugzeugkampfjets Konfair F2Y SeaDart bis ins kleinste Detail nachzubauen. Jetzt nähern sie sich allmählich dem Entwicklungsstadium, wenn man schon von Massenproduktion sprechen kann. Genau wie das Original kann sich das Spielzeug aus dem Wasser in die Luft erheben und entwickelt hohe Geschwindigkeiten. Leider gibt es derzeit noch keine Informationen zu den technischen Eigenschaften. Giant Scale Concorde Dieses Modell ist eines der größten funkgesteuerten Spielzeuge, die jemals in die Luft geflogen sind. Es wurde von einem Handwerker namens Otto Wiedelreuther gebaut und ist sechsmal kleiner als ein echtes Flugzeug. Es hat eine Flügelspannweite von vier Metern und eine Länge von zehn Metern. Die Höhe des Flugzeugs beträgt 1,85 Meter, das Gewicht 159 Kilogramm. Es wird von vier Jetcat P300S-Triebwerken angetrieben. Das gezeigte Video wurde im Jahr 2020 aufgenommen, daher ist das Spielzeug ziemlich neu. Sertkins 18 Auch das letzte Fahrzeug für heute gehört zu den größten seiner Art. Es handelt sich um einen Nachbau eines Trawlers, eines Fahrzeugs, das zum Fangen von Fisch und Meeresfrüchten entwickelt wurde. Das Modell wurde in Belgien von einem Handwerker namens Frank Wilhelm Kenz gebaut. Wir können jedoch sagen, dass der funkgesteuerte Trawler 600 Kilogramm wiegt und der Bau etwa ein Jahr gedauert hat. Das Modell ist voll funktionsfähig, fängt Fische und ist zum Schwimmen im Salzwasser geeignet. Das Modell ist voll wieder auf die Welt. Das Modell ist voll genau in der Rolle. 月stark- anyone mit der Schüнул aus dem McMurden angetrieben ab. Das Modell ist ein Surface mit für die Frisch und die Länge ab. Das Modell ist einfach sehr gut. Das Modell ist voll genau in der Seite verwendet. Und jetzt markiert das Margueren ein paar Mal. Das Modell ist voll. Ich habe eine Länge mit den Betten. Das Modell ist voll ziemlich neig und vielem. Das Modell ist voll. Du hast werden in die Fische und die Sonne gewartet. sich auf eine Länge von Schraubt. Bis zum nächsten Mal.